Herzlich Willkommen wieder zu einem neuen Challenge-Tag von mir. Heute habe ich mich für ein relativ witziges Motto entschieden, finde ich, und zwar Tag des Weihnachtsbaums aus Büchern. Dieser Tag ist entstanden aus den kuriosen Feiertagen selbst aus aller Welt. Und ich fand diese Idee, einen Weihnachtsbaum auf Büchern zu bauen, doch ganz schön interessant. Und dieser Tag des Weihnachtsbaums aus Büchern richtet sich an alle, die sich zum Beispiel nicht für einen Weihnachtsbaumkauf entschließen konnten oder vielleicht auch keinen mehr bekommen haben oder ihnen fehlt eh Zeit, einen Baum zu kaufen oder er ist ihnen einfach zu teuer und man hat keine Lust auf Schleppen oder einem stört das ständige Nadeln. Und eine praktische Alternative ist natürlich, einen Baum aus Büchern zu bauen, denn oftmals hat man ja viele Bücher im Regal stehen, die ungenutzt da rumstehen, weil viele lesen das Buch ja doch nur einmal und so kann man die Bücher doch nochmal nutzen. Natürlich ist es eine kleine Herausforderung, die Bücher wirklich zu einem Tannenbaum zu stapeln, aber wenn man da noch eine Lichterkette drüber wirft, sieht es doch ganz nett aus. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.